Hallo, ich bin Chris von Chris Cassandra. Ich wollte mich mal für die 300 Abonnenten bedanken, die wir jetzt haben. Halt, 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 halt. Ich auch, ich auch. Ich will mich auch für 3 besonderen Abonnenten bedanken. Vielen Dank, Leute. Mein Name ist übrigens Carsten. Ey, und was ist mit mir? Ich bin die Sandra von Chris Cassandra. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken. Ey, wir freuen uns mega. Über 300 Leute schon. Danke, danke, danke. Ja, wir haben uns überlegt, was können wir den Leuten denn jetzt wieder zurückgeben, dafür, dass sie uns so toll abonniert haben und auch regelmäßig zuschauen. Und dann haben wir uns gedacht, die Top-Listen sind ja ganz gut angekommen. Und die nächsten Top-Listen, da lassen wir euch entscheiden. Die nächsten Top-Listen, die wir aufnehmen, lassen wir euch entscheiden, was für ein Thema wir machen. Wir machen euch sechs Vorschläge. Und ihr dürft unten in den Kommentaren reinschreiben, welches ihr denn am besten findet. Und wir zählen dann ganz einfach nach. Ja, genau. Ich habe zwei Themenvorschläge. Einmal Spiele mit Western-Thematik und einmal Runde Literatur. Alles, was mit Natur zu tun hat. Meine Vorschläge wären Schifffahrt und reine Zwei-Personen-Spiele. Ja, und ich spiele sehr gerne auch mal den Solo-Modus von Spielen. Deswegen ist das mein Themenvorschlag. Und Einsteiger-Spiele, weil ich ja eine nicht spielende Familie habe, die ich aber doch ab und zu doch mal irgendwie an den Tisch bekommen möchte. Oder ich habe auch Freunde, die auch nicht so die Brettspieler sind. Also einsteigerfreundliche Spiele wäre mein letzter Vorschlag. Ja, ich hoffe oder wir hoffen, es war was dabei, was euch gefällt. Schreibt einfach unten in die Kommentare. Und ja, wir freuen uns auf eure Meinung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.